So, da bin ich mal wieder zurück in einem ganz anderen Video wieder mal. Ihr wisst ja immer, ich sage immer, ihr könnt Fortnite-Skins bekommen. Heute ist es wieder soweit. Die Melly hat dann ihre paar Punkte, die sie gesammelt hat, eingelöst. Sie will diesmal 1.200 V-Bucks-Skins haben. Ist natürlich kein Problem. Wir gucken immer, wie viel ist gerade ein Skin wert? Darf man die Hälfte? Einfach dazu gepackt. Und so verschenke ich halt auch die Skins, die teurer sind. Genauso, wenn es ein 2.000 V-Bucks-Skins ist, rechne ich das natürlich genauso hoch. In dem Sinne würde ich sagen, das ist easy. Erstmal danke für den ganzen Support. Für alle, die da sind, weil dadurch sinken meine V-Bucks jetzt wieder. Warte mal. So, hab ich dich doch eben auch gefunden. Melly suchen. Zack. Melly, den Skin willst du haben, ne? Ich frag nur noch mal. Nicht, dass es gleich kommt. Nö, das meinte ich nicht. Und wie gesagt, wenn ihr auch ein Skin haben wollt, einfach Twitch vorbeischauen. Sucht einfach nach Family Hack. Ist aber auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hauen den Skin raus. Melly, dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Skin. Und... Dauert, dauert. Zack. Geschenk ist raus. Dir auf jeden Fall viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr auch ein Skin haben wollt, gerne auf Twitch vorbeischauen. In dem Sinne würde ich sagen, es ist mir wiederholz, bei der Family Egg. Tschö, tschö.